Sooo und Damen und Herren herzlich willkommen zu einem weiteren Part Hollow Knight. Das letzte Mal haben wir gegen einen Boss gekämpft und haben, ich kann es gerade nicht zeigen weil ich kein Fokus habe, aber wir haben eine neue Fähigkeit bekommen und zwar dass wir nach unten in einen starken Schlag absondern können. Das ging aber erst mit dem Lump hier. So und dann sehen wir auf der Karte, dass da noch ein unerforschter Weg ist, um den wir uns jetzt mal kümmern werden. Der ist nicht hier. Hier müsste der sein. Ja, kommen wir da jetzt weiter? Ne, immer noch nicht. Okay, schade. Ich dachte da kommen wir jetzt weiter. Aber anscheinend ist das irgendwie da unten mit verbunden mit diesem komischen Heiligtum. Deswegen gucken wir da jetzt erstmal nach, was da so abgeht. Oh. Voila. Mal wieder aufladen hier. Wir haben echt extrem viel Geo und ich weiß noch nicht wofür ich das einsetzen sollte. Okay, wo haben wir diese Töne hier aufgemacht? Ja, ne? Nope. Gut. Hier waren wir noch nicht. Limm. Reliktsuche. Ei, ei. Du bist auf der Suche nach seltenen Gegenständen. Finger weg! Das ist meine Sammlung. Ich verkaufe nicht an irgendwelche schmuddeligen Rumtreiber. Ich kann mir aber vorstellen, dass du auf deinen Reisen auf viele interessante Gegenstände gestoßen bist. Willst du vielleicht einige davon loswerden? Ich biete dir für jeden ein Tauschgeschäft an. Velmi Arfret. Keine Gedanken und Herzen derer, die vor uns lebt. Sind besonders selten. Also kann die davon viel... Okay. Verkaufen einfach mal. Velmi Arfret. Das ist ein Journal des Wanderers? Was? Man findet sie zwar häufig im Königreich, aber ich habe trotzdem viel Spaß beim Entzipfern ihrer Texte. Liest man sie alle zusammen, ergibt sie eine makabere Geschichte. Es scheint, das Schicksal war nicht besonders gut zu denen, die durch Heilands Nest gereist sind. Velmi Arfret. Warum sollte ich das hier verkaufen? Ah, das lassen wir mal lieber. Aber jetzt haben wir ihn ja hier hoffentlich verzeichnet. Die Händler haben wir ja gar nicht. Ups. Aber interessant, wo ich dann gehe und dann irgendwie auch noch nicht. Was war denn hier nochmal? Mechanismus mit einem einfachen Schlüsselloch. Ah, stimmt. Hier brauchen wir einen Schlüssel für. Den können wir uns gleich holen, weil wir haben ja 2300 Geos. Und dann schauen wir mal, ob wir uns den Schlüssel holen können. So, hier sind wir richtig, ne? Ja. Denkmal für den Holden Knight. Immer noch sehr, sehr episch. Oh, vielleicht schaffen wir es ja irgendwie hier so. Ne, das wird nichts. Und auf der anderen Seite vielleicht? Ne. Hm, schade. Aber irgendwie muss man da noch höher kommen. Aber da weiter kommen wir auch nicht. Schade, schade. Dann müssen wir wohl woanders hin. Guck mal. Weiter oben. Ja, genau. Hier müsste das... Ne, einen weiter. Ne. Mann, doch nicht nach unten. Nein. Jetzt reicht es mir doch. Wo? 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 Nein. Hä? Kann der nicht weiter nach oben? Der kann gar nicht weiter nach oben. Hoppala, my bad. So. Ja, hier ist das. Was? Wann springt der denn, der Dude? Alter. Gar nicht mehr im Kopf. So. Hier lang. Und dann hier oben war das. Da waren wir irgendwie... ...irgendwie noch nicht ganz oben. Kommt man da überhaupt nach ganz oben? Hm. Müsste man. Ja, hier rüber. Oh, da liegt etwas. Schön. Oh, aber es wird auch beschützt. Nein. Oh Gott. Oh, wow. Noch ein Siegel. Okay. Können wir vielleicht doch eins verkaufen. Weil das macht ja keinen Sinn, jetzt drei davon zu haben. Ja, dann gehen wir nochmal zurück und kaufen die. Zack, zack. Warte, wo war der Händler? Nee, der war weiter oben, oder? Nee, der war... stimmt, aber hier. Grüße. Ja, ja. Ich hoffe, wer jetzt... Ja. Gegenstand verkauft. Ein Siegel vom Highlandsnest. Was? Das ist interessant. Kennst du die fünf großen Ritter des Königreichs? Das sind hoch angesehene Helden in Highlandsnest, die... ...die in die analen... ...analien? ...analien? Keine Ahnung... ...des Königreichs eingegangen sind. Doch sie finden nur als Gruppe Erwähnungen. Sowohl ihre Namen als auch ihr Ansehen scheinen aus der Geschichte gelöscht worden zu sein. Die Zeit ist schon so lange her, als wäre ein Riesenerfolg ihre Identität herauszufinden. Okay. 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 So. Müssen wir jetzt noch irgendwo hin? Nein. Glaube nicht. Alles sollte erforscht sein. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Zu... ... diesem... ... der Station da. Zu der... ...den Namen vergessen. ...Pirschkäferstation. Und dann reisen wir mal nach... ...eh... ...Highlandsnest, würde ich sagen. Ja. Hier geht's lang. Sehr schön. Richtig? Richtig. Zack. Und auch. Hä? Was willst du tun, Junge? Okay, tschüss. Jetzt kann ich euch hier den, was ich meinte, zeigen. Das haben wir bekommen. Mega. Geil. Oh. Oh. Das war knapp. Oh. Das war auch knapp. Ah, wir müssen da ganz nach oben. Okay. Jetzt bin ich hier mal wieder runter. Sind wir hier wohl doch falsch gewesen? Oh. Oh, no. Nicht nach ganz unten. So. Ja, hier können wir hoch. Sehr cool. Hier wieder hoch. Aha. Ja. Gut. So. Mal kurz Platz nehmen. Okay. Oh. Was macht denn hier? Hey. Pass auf. Wohin du gehst. Ein nasser Vagabond. Ein nasser Vagabond. Du nasser Vagabond. Ich will nicht von dir nass gemacht werden. Es ist schon schwer genug trocken zu bleiben. Wenn Sotte der Mächtige ein Ritter von großem Ruhm nicht beschließe trocken zu bleiben, dann wird auch genau das geschehen. Sucht sei diese elende Stadt. Ständig fallen Wasser und Monster von oben herab. Und rein. Wundert mich nicht, dass dieses verdammte Königreich in den Ruinen gestürzt ist. Was? Was ist denn so mörrisch, Alter? Hat ihm noch nichts getan. Oh, er wird halt ein bisschen nass. Pfff. Wenn ich so anstellen. Oh, 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 oh. Ja, gar nicht gut. Ich hab schon gemerkt. Oh. Wie können wir jetzt lang? Welche vorher schon? Ja, waren wir. Toll, sie sind einfach so gestorben. Zwei, drei Herzen Schaden gemacht. Das hat nichts gebracht. Oh Gott. Okay. Okay. Können wir wenigstens ein Leben wieder aufladen. Wie willst du denn hier lang? Da waren wir auch schon. Ja, wir waren schon überall. Okay. Sehr, sehr gut. Nur wieder nach ganz oben. Oh. Ja. Erstmal nach ganz oben. Man kennt ihn. Ja, wie weit fliegst du denn, du Penner? Nach ganz oben. Grüße. Äh. Ja, Bruder. Snipe mich halt weg. Oh mein Gott, Alter. Spann nicht mal. Mann, Alter. Ja. Ja. Okay, ne. Ist das mir jetzt hier so... Oh, ja. Perfekt. Oh Gott. Okay. Hier krieg ich nur zwei Leben. Eins. Okay. 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 Oh Gott, Alter. Junge. Jetzt nicht chillt, ne? Lass dich hier aber aus. Geht doch. Mann, Alter. Okay. So. Jetzt aber nach ganz oben. So. Richtig. So. Da oben waren wir nämlich noch nicht ganz irgendwie. Irgendwie muss ich da oben ja gewesen, sonst wüsste ich ja nicht, wie eine ist das. Aber was ist das denn hier? Ups. Ah. Journal des Wanderers. Eines Wanderers. So. Wird ja auch gleich mitverkaufen können. Mann, ey. Oh, hier kriegen wir gut Seelen wieder. Okay. Oh Gott. Oh, okay. Alles cool, alles cool. Gut. Tschüss. So. Jetzt mal hinsetzen. Karte aktualisieren. Alles ist cool. Gut. Ja. Wollen wir. So. Ich würde aber sagen, das war's von dem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da in der nächsten Folge gucken, ob wir den einfachen Schlüssel uns holen und dann auch mal nach unten gehen. Ich denke schon, dass wir das tun werden. Aber mal sehen, ne? Ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Like da, abonniert mich, kommentiert, was auch immer, ne? Tschüss. Tschüss.